So schön, so schön, so schön, so schön. Nein, nicht die Sintereleer. Will ich euch erzählen, was ist passiert heute? Gestern war die schöne Sonne, nach dem Regen war das perfekt. Gestern Abend hatten wir das schöne Licht, die Sonne, das war super. Heute in der Früh sind wir aufgemacht und dann hatte der kleine Boss alle rote Punkte. Da waren wir dann am Vormittag in das Hospital. Und wie es aussieht, hatte der kleine Boss jetzt die Windpocken. Das kann passieren. Ja, wir hatten eine kleine Krisensitzung, was wir jetzt machen. Weil auch die letzte Nacht im Camping, die war überhaupt nicht gut. Wahrscheinlich hat es gekratzt oder... Er hatte nicht geschlafen und war laut und das ist ziemlich stressig. Jedenfalls hatte ich die Windpocken noch nicht und wir wissen nicht genau, was passieren wird. Also wenn ihr mich in dem nächsten Video mit den roten Pusteln in die Gesicht, dürft ihr euch nicht wundern, dann habe ich auch die Windpocken bekommen. Jedenfalls haben wir uns heute genommen ein Hotelzimmer, damit wir alle zusammen etwas besser schlafen. Und morgen werden wir dann zeigen, was wir machen. Denn im schlimmsten Fall werden wir die Windpocken abbrechen und wieder nach Hause fahren. Ja, es ist blöd, weil jetzt wäre das Wetter schon und ich mag es wirklich sehr hier auf der Insel. Aber das nutzt nichts. Ist halt so, ne? Kann passieren. Kriegt man Krankheiten, ist so. Ja, wenn wir nach Hause fahren, hat es nur einen Vorteil für euch. Kann ich wieder kochen in der Küche, ist vielleicht auch spaßiger. Jedenfalls gebe ich euch Bescheid und wir sehen uns im nächsten Video von allen zu kuchen Produkten unterwegs. Und jetzt genießt noch ein bisschen das Panorama. Ciao! Das war's. PuTunnen Resort Vielen Dank.